Ich muss hier mal mit einem dieser anhaltenden Gerüchte, einem wirklich lächerlichen Klischee, das überhaupt nicht stimmt, aufräumen. Angeblich sind wir Andalusier Aufreißer, die sich auf alles stürzen, was nicht bei drei auf den Beu... Warte mal, Rafa, dein Mikro funktioniert nicht. Hallo Blondie, Schätzchen. Machst du viel Sport? Du hast ja einen heißen Body. Ehrlich gesagt, mit dir würde ich gern mal eine Runde, du weißt schon. Ach, dein Freund stört mich nicht, der kann die Lampe halten. Mit dir würde ich gern mal ein bisschen Flamenco unter der Bettdecke tanzen, bis die Funken sprühen, Schätzchen.